Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Du könntest dich im Wirbelwind des Lebens gefangen sehen, Steinbock. Es fühlt sich an, als ob alles außer Kontrolle gerät, und das kann überwältigend sein. Es ist jedoch wichtig, dass du dich nicht vom Stress auffressen lässt. Verstehe, dass es Dinge gibt, die du nicht kontrollieren kannst, und dass der Versuch, dagegen anzukämpfen, nur zu Schaden führt. Akzeptiere stattdessen die Stürme, die um dich herum wüten, und gib dich ihnen hin. Erinnere dich daran, dass die Stürme irgendwann vorübergehen und der Frieden zurückkehren wird. Du verfügst über eine unglaubliche Menge an körperlicher Energie, die du auf verschiedene Weise produktiv einsetzen kannst. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, Aktivitäten zu erkunden, die es dir ermöglichen, diese Vitalität zu nutzen, wie ZB-Profisportler oder Tänzer zu werden? Nimm dir heute etwas Zeit, um über das Potenzial deiner Energie nachzudenken, und überlege dir, wie du sie auf konstruktive Weise nutzen und lenken kannst. Regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung sind wichtig, aber vielleicht findest du auch Gefallen an Praktiken wie Meditation oder Kampfsport. In der Arbeitswelt kann Schmeichelei heute ein mächtiges Werkzeug sein. Zögere nicht, deinen Chef mit echten Komplimenten zu überhäufen, von denen du weißt, dass er sie zu schätzen weiß. Zeige Respekt und Wertschätzung, aber scheue dich nicht, einen Hauch von besonderem Charme hinzuzufügen. Erkenne die Wirkung positiver Bestätigungen und nutze sie zu deinem Vorteil. Wenn es um Herzensangelegenheiten geht, ist Klarheit der Schlüssel. Die aktuelle Astralkonfiguration kann zu Verwirrung und Missverständnissen führen, ähnlich wie ein nebliger Tag, an dem Worte und Aussagen auf verschiedene Weise interpretiert werden können. Um unnötige Komplikationen in deinem Liebesleben zu vermeiden, solltest du sicherstellen, dass du deine Absichten und Gefühle klar zum Ausdruck bringst. Behalte einen klaren Kopf und achte darauf, wie deine Worte von deinem Partner oder deiner Partnerin aufgefasst werden könnten. Wähle deine Worte mit Bedacht und bemühe dich um eine offene, ehrliche Kommunikation. Mach dich auf eine unvorhergesehene Wendung gefasst, die deine Wahrnehmung in Frage stellt und einen Funken der Veränderung entzündet. Wie eine Sternschnuppe, die über den Himmel fliegt, wird diese unerwartete Wendung deine Erwartungen übertreffen und dich auf unbekannte Pfade führen. Nimm das Unbekannte mit Mut und Neugierde an, denn in den geheimnisvollen Gefilden des Unbekannten wirst du tiefes Wachstum und Offenbarung entdecken. Vertraue auf die Reise und bleibe offen für die Chancen, die sich dir bieten. Der heutige Widermond weckt die Leidenschaft in uns und bietet uns die Möglichkeit, uns auf unsere wahren Ziele und Bestrebungen auszurichten. Er lädt uns ein, bewusste Entscheidungen zu treffen, die uns zu persönlichem Wachstum inspirieren und uns auf dem Weg der Selbstentdeckung voranbringen. Nimm dir am Ende des Tages einen Moment Zeit, um deine Energie aufzufrischen und über die Richtung nachzudenken, in die du gehst. Auch wenn der Tag Höhen und Tiefen mit sich bringt, solltest du ein Gefühl der Dankbarkeit für die Erfahrungen und Lektionen kultivieren, die sie dir bringen. Wenn du ins Bett gehst, lass dich von einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit übermannen und genieße die Reise, auf der du dich befindest, und die unendlichen Möglichkeiten, die vor dir liegen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du mit Akzeptanz und Hingabe durch den Wirbelwind des Lebens navigierst. Lenke deine reichlich vorhandene Energie in konstruktive Ziele. Setze Schmeicheleien am Arbeitsplatz zu deinem Vorteil ein. Kommuniziere mit Klarheit und Ehrlichkeit in Herzensangelegenheiten. Nimm die unvorhergesehenen Wendungen als Katalysator für Transformation an. Nutze die Leidenschaft, die der Widermond entfacht, und kultiviere Dankbarkeit für deine Reise. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Denke daran, dass deine Stimme so einzigartig ist wie die Sterne am Himmel, und gemeinsam können wir eine himmlische Symphonie der Erleuchtung, Ermächtigung und Inspiration erschaffen. Lass dich auf die Magie ein, teile deine Gedanken und lass das Universum deine himmlische Melodie hören. Nun ziehen zwei Taro-Karten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Die zwei Karten, die heute gezogen wurden, sind der Bube der Schwerter und der Ritter der Stäbe. Der Bube der Schwerter steht für Neugierde, Intellekt und Wissensdurst. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute in einer Lernphase befindest und begierig bist, neue Ideen zu erforschen und Informationen zu sammeln. Sie steht für eine Zeit der geistigen Beweglichkeit, der Kommunikation und des Potenzials für neue Entdeckungen. Diese Karte ermutigt dich, deine intellektuelle Neugier zu nutzen und dich an aufgeschlossenen Gesprächen zu beteiligen. Sie erinnert dich daran, auf die Details zu achten und Klarheit in deiner Kommunikation zu suchen. Der Bube der Schwerter lädt dich ein, Herausforderungen mit einem scharfen Verstand und der Bereitschaft, dich anzupassen und zu lernen, anzugehen. Der Bube der Schwerter wird von dem Ritter der Stäbe begleitet. Diese Karte steht für Leidenschaft, Abenteuer und Vorwärtsbewegung. Sie steht für eine Zeit der Aktion, des Enthusiasmus und des energischen Verfolgens deiner Ziele. Der Ritter der Stäbe lädt dich dazu ein, deine Leidenschaft zu entdecken und mutig und entschlossen zu handeln. Er steht für eine Zeit, in der du dich auf neue Unternehmungen einlässt, Chancen ergreifst und mit Zuversicht vorwärts gehst. Diese Karte erinnert dich daran, dein inneres Feuer zu nutzen und deine Energie in Unternehmungen zu lenken, die dich begeistern und inspirieren. Der Bube der Schwerter und der Ritter der Stäbe bilden zusammen eine faszinierende Kombination für diesen Tag. Der Bube der Schwerter betont intellektuelle Neugier und Kommunikation, während der Ritter der Stäbe Leidenschaft und mutiges Handeln hervorhebt. Mach dir heute die Energie des Buben der Schwerter zunutze, indem du dich intellektuell betätigst und nach Wissen strebst. Sei offen für neue Ideen und beteilige dich an bedeutungsvollen Gesprächen, die dein Verständnis erweitern. Achte auf Klarheit in deiner Kommunikation und sei bereit, dich anzupassen und aus neuen Erfahrungen zu lernen. Gleichzeitig verkörperst du die Energie des Ritters der Stäbe, indem du dich deiner Leidenschaft hingibst und mutig handelst. Leite deinen Enthusiasmus in Projekte und Unternehmungen, die dein inneres Feuer entfachen. Lass dich von der Vorwärtsbewegung leiten und verfolge deine Ziele mit Zuversicht und Entschlossenheit. Diese Deutung steht für einen Tag der intellektuellen Neugier, des leidenschaftlichen Handelns und der Vorwärtsbewegung. Mach dir die Energie des Buben der Schwerter zunutze, indem du dich auf das Lernen und die klare Kommunikation einlässt. Nutze die lebendigen Qualitäten des Ritters der Stäbe, wenn du dich deiner Leidenschaft hingibst und mutig auf deine Ziele zugehst. Denke daran, aufgeschlossen und anpassungsfähig zu bleiben, wenn es um deine Ziele geht. Lass dich von deinem inneren Feuer anstecken und gehe selbstbewusst auf das zu, was dich aufregt. Wenn du die Qualitäten des Blatts der Schwerter und des Ritters der Stäbe kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl von intellektuellem Wachstum, leidenschaftlichem Handeln und der Bereitschaft, neue Horizonte zu erkunden, bewältigen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Links findest du eine Schlafhypnose für schnelleres und sanfteres Einschlafen. Rechts findest du dein aktuelles Wochenhoroskop. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Bis bald! Teile dieses Video gerne mit deinen Schlafhypnose für die 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 Schlafhypnose Vielen Dank.